Ich bin mich auf den ganzen Hochschulrumpages überhaupt nicht zurecht. Wo kann ich mir Hilfe holen? Wenn du Hilfe dabei benötigst oder noch irgendwelche Fragen hast, dann kannst du dich einfach an die Studien- und Maturantinnenberatung der österreichischen Hochschülerinnenschaft wenden. Wir haben unser Büro fünfmal pro Woche geöffnet. Du kannst uns anfragen via Telefon, E-Mail, Skype stellen oder du kannst auch einfach persönlich schnell vorbeischauen. Oder du gehst direkt zu den Studienrichtungsvertretungen, die funktionieren ähnlich wie Klassensprecher, nur eben direkt für deine Studienrichtung.